zack zack level 37 kochende quellen los geht's jo da sind sie oh tot juhu oh das war glück na nee zunächst nochmal hier hoch das war fast schon ein bisschen zu schnell junge junge was ist denn los hier heute mit mir bin ja richtig in form wie passend das wieder war wieso muss ich eigentlich mit der blase da runter geht das nicht so besser nein geht es nicht nimm mir doch die blase nimm mir doch die blase scheiße was ist los mit mir vielleicht habe ich sie langsam raus kann es langsam hey oh was war das wie hab ich das denn gemacht naja heute ist alles möglich ich würde mich ja nicht wundern wenn ich jetzt tatsächlich mal alle äh was war das denn wenn ich alle also heute traue ich mir auch alle diamanten zu hey nee was ist denn los mit dir schon ist die gute stimmung wieder dahin oh oh äh problem okay 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 ich kann nicht gebraucht oh oh nein ja bitte scheiße fuck das war so ah so knapp ja na endlich das ist doch nicht das ist echt eigentlich noch das einfachste aber ich schaffe es nicht ich schaffe es nicht komm da nicht rauf das finde ich fünf meter breit wäre glaube ich oh jetzt bin ich wieder ganz unten das ist für mich mit das oh 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 Und schon wieder unten. Ja, natürlich, war ja wieder klar. So, jetzt bin ich zwar hier oben, aber da hinten ging es doch sicherlich auch noch weiter. Oh, was ist denn? Was ist das für ein Brunnen hier? Oh nein, nicht. Kann ich da auch rein? Nee. Ach. Kann ich nicht. Das hasse ich ja auch. Unter Zeitdruck oder diese Scheiße da immer. Na, endlich, aber den kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Oder? Nein, da wische ich nicht. Och, natürlich, geswitcht und wieder nicht einsammelbar. Ach man, der ist nicht zu erreichen. Was denn jetzt? So. So, die Richtung gefällt mir schon besser. Oh, ich glaub's nicht. Oh, nee, jetzt fängt das sogar an. Ah. Ah. Oh. Oh, hoch. Nein, nein, nein. Ah, das gibt's nicht. Alter, ich meine Man glaubt eigentlich, es kann nicht schwerer werden Hoch da Ich komm da nicht hoch Und du wirst jedes Mal Aufs Neue überrascht Dass es sehr wohl noch schwerer werden kann So Jetzt Hey Machen wir mal mit Fährt nicht Achso, hier rauf Trudeln Jetzt So, wie komm ich denn da jetzt bitteschön hoch So hoch komm ich nicht Und daran komm ich auch nicht Ach du meine Güte Was soll ich da denn machen Oh, wie geil Nein Was ist denn das Oh Oha Nein, nein, nein Ja, ja, ja Oh Nimm mich mit Checkpoint Boah Welche Lösung Oh nein Was ist das denn Wieso Oh, geht ja Aber hier ist ja nur blödes Bild Und sonst nichts Achso, da muss ich hoch Äh Oder auch nicht Wo bist du? Komme ich denn da jetzt hin Äh Ähm Also da geht's nicht hoch Ach doch Im Wasser Bisschen hoch Juckeln hier Boah Dreh durch Aber trotzdem Oder unten noch was ganz anderes Mal wieder Mal wieder Wahrscheinlich wieder 200 Nicht Nein Oh Mann Oh Mann Oh Mann Achso Oh Bleib schon auf Nein, nicht so weit Was war das denn Habe ich denn weggepustet Jo Mittlerweile kann man fast schon sagen Heiliger Checkpoint Oh Was ist das denn Ein wild gewordener Ritter hier Du Du Oh Das war ja richtig Glück Knapp Was auch immer Ja Wenn ich das schon wieder sehe Da Das wird mich ja wieder Tode kosten Oh Wie wird mich das wieder Tode kosten Ja An sich Timing ganz Gar nicht so schlecht Aber Oh Mann Ich glaube es reicht Wenn ich einfach hoch spring Ja Und genau das hier Mit meinem Mit meinem Meinen Parade Jawoll Und dann auf den löten Plattformen da wieder Stehen bleiben Das kann ich ja besonders gut Ah Verpasst Bitte lass es klappen Yes Hey schön Ich glaube die haben jetzt Die haben mich irgendwie gehört Jetzt habe ich nur diese blöden Kleinen Plattformen Und da war Nein Oh Oh Ach du meine Güte Nein 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 Auch nicht Jetzt Boah Bobelbläschen Nein Wieso ist sie jetzt kaputt Oh Mann Jetzt bin ich jetzt mal kaputt So Aber nix Höchste Konzentration Dreh dich Oh Du bleibst stehen Was mache ich Ich glaube auf die muss ich pfeifen Hä Geht es überhaupt weiter Oh Oh hier ist vorbei Ah Naja Hät es auch nicht mehr gerettet 620 Yo Ein Stern Das erste Mal Gefühlt Habe ich jetzt das halbe Level erst gesehen Wenn man das so sieht Ei 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 Ja Na gut Bis zum nächsten Mal Tschüss